Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Sieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurius. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wiederhaben. Warte, ich wollte bitte reden. Ist das jetzt echt Anja? Sieht so anders aus, ne? Quest. Okay, müssen wir uns mal die finden. So. Da haben wir sie. So, wenn ich das jetzt gut gemacht habe, habe ich dann einen Cut gesetzt, wenn ich es jetzt noch länger sehen sollte. Wenn ihr keinen Cut habt, dann wisst ihr Bescheid. Äh, wissen wir, hattet ihr bei der Folge keinen Cut. Ach, hier sollte ich unentdeckt bleiben. So, dann brauchen wir noch mal das Feuer hier eben. Sabotage, ne? Für unsere Ruhe. Stimmt, das Lager hatten wir noch nicht als Quest gehabt. So. So. Ich kann nicht weiter. Lass mir einen Bogen da. Ich kämpfe bis zum Tod. Quatsch. Sprich nicht vom Tod. Die Verborgenen brauchen dich. Mein Leid steht in Flammen. Nur das Blut von römischen Leuten. Woher schlägt sich denn dann? Kasch, der ist noch hier. Wir müssen ihn befreien. Vielleicht leidet er so wie ich. Da ums auch noch einer. Du hast recht. Wir lassen ihn nicht zurück. Ich muss ihn auch da bringen. Ach, lol. Aber wir machen jetzt erstmal den hier. Wir wollen jetzt erstmal hier alles aufdecken. Jetzt kann ich es mir doch so langsam. Keine bösen Braschen mehr. Gar nichts mehr. So, wo sollen wir sie hinbringen? Hat doch jetzt ne Katze. Da sollen wir sie hinbringen. Mädchen, ruhig. Mach noch mehr, Kiel. Muss, dass die Leute noch länger sinken. Bin ich gut bei, Eck. Kommst du denn hier? Ich muss zurück und Tahirah holen. Wir müssen uns erstmal was damit cutten. Na, na. Aber... Nervt mich alle beide zusammen wieder. So, komm her. So, komm her. Okay, wo warst du denn hin? Das ist mir egal. So. War noch keiner mit voll loscht veranziehen, oder? Ich muss zurück und Tahira holen. So. 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 Ah, zack. So, da wird es. Ah, der Typ war einfach beim Pissen, ne? Habe ich dir immer noch nicht geholfen? Ich habe dir noch geholfen. Das sind noch mehr. Halt die Klappe. Nervt nicht. So, dann schön. So, in Wien schon mal. Dann können wir wenigstens laufen. Ich habe schon mal voll gewusst. Hätte ich nur sie. Hätte ich ihn direkt geholt gehabt. So. Jetzt zum Treffpunkt gehen. Da vorne kommt er raus. Da muss er raus. Ernsthaft? Jedes Mal plündern willst du den jetzt ablegen? Kannst du nicht? Wow. Können wir sie aufs Feuer legen? Dann wird sie noch ein bisschen krosser. Vielleicht. Vielleicht geht es einem dann schon mal auf den Sack. So. Oh, Herr, der du hat. Bitte. Lass mich ins Gefilde der Binsen passieren. Bleib bei mir, Tahira. Wehr dich. Nimm dich auf. Die Welt verblasst vor meinen Augen, Baek. Jetzt ist er auf, hier rumzuheulen. Nein. Kasta ist noch in der Festung. Du musst ihn holen. Ich warte hier. Naja. Ah, das ist doch. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Weg. Götter. Lasst mir meine große Schwester. Das ist deine große Schwester. Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre die sonst möglich? Oh, komm mal. Noch nie dann eine Waffe bekommen. Alle schwören einen Eis. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Bist du sicher? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Das sind ja bei Fila. Das sind ja bei Fila. Ich stecke hier noch fest, zählter. Mein Pferd ist draußen am Rumbaggen. Ich würde sagen, gibt hier mehr noch nicht. Bei Butos und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Weten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Auf uns einfach mal. Wir sind fast da. Ja, hoffentlich. Ist da ein Lager? Eine Feuerstelle? Ich war zu schwach, Bayek. Ach nein. Du warst nicht schwach. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Lass ihn. Puh. Köh, köh, köh. Ah. Ich werde sie alle töten. Alle rücken. Immer! Du wirst Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden... Wir werden... Ruf ihr töten. Wir werden reduzieren. Fest abgeschlossen Sprech mit Ammonets. Okay. Karte. Hier ist nix Neues. Da ist nix Neues. Hier ist nix und da ist auch nirgendwo zurück. Jawohl. Alles, wir haben alles. Gut. Dann sprechen wir mit dir. Lassen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinui. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen, wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten ein Dorn am Fleisch. Markus Antonios stinkt ebenso nach Tyrannei wie Cäsar. Rufio trägt denselben Geruch. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. Große Tahira. Ich bestatte dich mit deinen Klingen auf einem Bett aus Raya-Federn. Wie es sich gehört. Gut, so. Finde ich gut. So, und dann fragen wir mal Ammonet. Ich verstehe jetzt gar nicht. Ammonet, ich habe, ich erinnere mich vielleicht schon nicht mehr dran. Ist Raya heißt jetzt Ammonet? Ich glaube ja, ne? Ist sich unbenannt, oder? Gab es sich irgendwo mal hier irgendwie Glossal oder sowas, wo man nachlesen konnte? Charaktere, da haben wir sie doch. Ach, Charakter, wow. Nicht Charaktere, Charakter. Ne, mitwirkend ist das auch nicht. Ja, da haben wir auch den... Klassische Herausforderungen. Ja, da müssen wir was machen. Community Prüfung der Götter. Ja, ja, äh... Gibt es nicht irgendwelche Infos oder so? Wahrscheinlich, wenn ich schon dem Animus... Naja, machen wir auch nochmal, um an. Ja, gut. Dann ist das hier auf jeden Fall schon mal Folge 12. Was? Oh. Hier brennt es ein bisschen. Ist das Rufio hier? Noll. Nein, ey. Oh. Das war's und was noch? Da ist auch noch einer Das ist ein Fahrschminder Was haben wir denn noch? Hier darfst du nicht mehr hin, okay? Obwohl da auch, guck mal, da sind auch noch Gegner, ne? Achso, da darf ich schon noch hin Natürlich ziehst du mit So, und wir sind euch alle töten Kommt jeder einmal her Der brennt schon Das war schön So Ein schönes Detektiv Das war bitte nicht weg Danke So, noch ein paar Hä? Hä? Hallo? Was geht hier drauf denn? Zum Kappen doch nicht Ich hab da auch nichts mit hier Okay So ist es natürlich nicht einfach Oh Oh, zack Warte, die Metzen sind auch noch nie da Mit So Die Schlacht ist vorbei Nun zu dem Mann, der die Soldaten geschickt hat Rufio Ich komm her, fährtchen Ah, guck mal, war sogar das richtige Pferd eigentlich Ah, ich brauch ein Boot Haben wir irgendwo ein Boot? Oh ja wirklich Oh ja wirklich, nice Gut, dann rufio Welcome to you and kill you Mit einer Armada hier Mit einer Armada hier vor den Schiffen So, wo haben wir ihn denn? Natürlich ist er in der Mitte von den Schiffen aber Juckt uns nicht Wir gehen einfach rein Jetzt muss ich vorsichtig sein Quatsch Ernsthaft, ich darf dann Ich darf dann nicht mehr durch Wieso? Schön, dass du mich aufgesöhnt hast Das ist für Tahira Du kannst mich nicht brechen Nicht? Halt den Wunsch, Rufio Du bist da kein Mensch Kaum eine Fliege Wie war das? Das bestätigen Wir brauchen uns auch nochmal Kultstoff Arbeit Ich lässt euch mehr Obf Kultstoff Der Ball Er freifliegt Ich stöße den Kopf durch Glaublich Glaublich Ich bin nicht auf den Sack hier, Leute. Das ist der Vibrator, der Läufer. Aber hier. Willst du so hart. So, ist das Blaue da. Dem Schiff gewesen war das Blaues. Ich wollte auch Sendung nicht machen, ich wollte das nicht machen. Zack, 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 so. Wie viele Bumschätze sind hier, verdammte Scheiße? Holy moa, fucking shit. Okay, verdammt sich gar nicht mehr. Verlasse und erwende den Konflikt. Ist hier noch einer? Natürlich. Mann, 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 Mann. Ach, da ist auch noch einer. So, zack. Geh denn alle her, ey, bitte schön. Darum ist auch noch einer drauf. Mann, Mann! Ne, das war auch tot. Mann, Mann, Mann! Wer ist auch tot? Mann! 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 Was ist das? Das brennt! Wie viele kommen... Hier macht Up-Step. Up-Step-Ball. Das gibt es immer noch. Na komm. Jetzt hat man einen Schädel. Jetzt können wir manchmal was lesen. So, da sind noch drei. Da ist noch einer am Wasser. Schön, dass da immer noch welche sind, die einfach denken, ich mach einfach mal nichts. Da ist noch ein Schädel. Und ich? Et nun? Mors! Welter! Das ist ein Schädel. 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 Keine Muni mehr, oder? Okay, haben wir den jetzt hier so genug herumgespielt. Ich wollte einfach nur wissen, ob der eine wichtige Information ist, aber er war ja nicht. Warum durchkreuzt du meine Pläne? Die Verborgenen werden dem Orden niemals Luft zum Atmen lassen. Also stimmt es doch. Die Verborgenen existieren wirklich. Wir gedeihen. Seltsam, dass ihr dieselben Dinge wollt wie wir. Frieden, Ordnung. Doch unsere Ideen werden überdauern. Du kannst mich töten. Doch uns wirst du nie töten. Caesar schuf einen starken Orden, bevor ihn dein Weib Feige und Hinterrücks ermordet hat. Unsere Macht lodert im Schatten. Und wir erzeugen diesen Schatten. Die Verborgenen holen dich! Anubis wartet! Rufio ist tot. Der Anführer, Rufio. Ich sage es amunett. Sie wird sich freuen. Na, ich habe hier noch keine Munition. Die gute Sache. Gibt es auch nirgends sowas? Ernsthaft? Da müssen wir noch was sein. Ja, hier. Dankeschön. Natürlich ist das Ding begrenzt, war ja klar. Damit hat es den Körner auf die Seite. Auch da hat es den Körner auf die Seite. Okay. Okay, so schön. Natürlich ist er schon geslockt. Das ist ein Klaas. Das ist ein Klaas. Es ist ein Benderet! Gut, wir können die Seiten jetzt reisen können oder brauchen wir gar nicht Wir brauchen aber ein Schiff Wir brauchen aber eigentlich ein Schiff So Wir müssen looten Das ist noch mal ein Schiff Das ist auch noch der Ah, jagt ihr mich jetzt? Natürlich eh nicht Oh, die Stadt brennt nicht mehr Ah ich bin fertig, ich denke eine runde für die Fertig Ausatmen Oh, ich bin fertig, ich bin fertig Ich bin fertig Ach, ich bin fertig Oh, ich bin fertig Ich bin fertig Ist nicht notice Wie ich dich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020